Ein strammer Schuss aus knapp 70 Metern und der Ball ist im Tor. Mordioff von der südafrikanischen Erstligamannschaft Supersport United gelang dieser unglaubliche Treffer beim Spiel gegen Marmelody Sundowns am vergangenen Sonntag. Und die Freude beim Derby in der Hauptstadt Pretoria war gleich doppelt, denn durch den Sonntagsschuss in der 88. Minute konnte Dioffs Team das Spiel am Ende mit 1 zu 0 gewinnen. Untertitelung des ZDF, 2020